Max Aktuell Hallo, ich bin Max Tord und ich führe jetzt ein Interview mit Ihnen durch. Ist das recht? Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Feodor. Ich wohne hier in der Gosse. Und ja, ich wohne hier in der Gosse. Mein Lieblingssaison ist die Mülltonnen hinter Italiener. Ja, dort gefällt es mir am besten. Ja, mein Leben ist echt super. Hast du mal Geld? Guten Tag, mit wem habe ich das Vergnügen? Ich spiele Alfredo von Gatzenpies. Kann ich auf die Gegenfrage eine Antwort haben? Nö. Na ja, also, ich arbeite im Hotel. Jo, eigentlich, und ich muss den Teller abwäschen, aber eigentlich würde ich lieber Croissants backen. Das wäre so zauberhaft. Die Kunden kämen von überall, kaufen sich Zimmer, nur um meine leckeren Croissants zu essen. Das wäre ein Festmahl. Ich habe auch schon mit dem Chef geredet. Der will das aber nicht. Der will doch so ein komisches Lachskram verkauft wird. Da dreht einem sich doch der Magen um. Und das meine ich wörtlich. So, das war ein Interview mit vielen Leuten aus unserer Stadt. Äh, zwei. Ihr letztendlich. Vielen Dank.